hallo mädels und jungs wie ihr seht wir sind wieder in kroatien und natürlich willkommen zu einem neuen video von eddie diesmal ohne seiner karte und wie ihr hier sehen könnt hier ist das boot mit dem wir voriges Jahr gefahren sind und hier vorne ist Baluch jetzt geht es gleich los mit dem board jetzt könnt ihr noch einen fischer draußen sehen und das board so 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 Das ist ein kleineres Kumpel. Und? Fritz. Hast du es gemacht? Ich weiß nicht, wie es hier ist. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Ich glaube, sie muss auch ein Tier. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Was ist mit dem Typen? Ich weiß nicht, wie es hier ist. 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 Die Hand oben auf der Knauf. So. Guck mal, um das Ganze zum Rest. Und jetzt zum linken Arm. Feste, feste, tiefer, mach die Tausel ins Wasser. So, und an der anderen Seite. Denk daran, du treibst ab. Der fest ist tiefer, das geht ins Wasser. Und wenn du das rauskommst, dann kannst du das nicht. Du leckst immer los, dass man sich das vorne hat. Rechte Puppe an der Seite, ganz auf, rechte, bis sie sich dreht. Rechte, rechte, rechte. Nochmal. Rechte. 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 Ob Jules wieder zurückkommt. Richtig, aber es ist interessant. Und Jules kommt wieder retour. Und Jules kommt wieder runter. 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 Schaut jetzt über Schlagzimmer durch den Wind, siehst du das? Untertitelung des ZDF, 2020 Ob ich Balou je wieder seh, kommt er wieder zurück. Und Balou kommt wieder. Und vom Wind hat ein Fledermausohren, stellt ihm die Ohren auf. Das ist ein Fledermausohren. Der ist auf der anderen Seite, den kann man eh mit dem Auto drüben holen. Das ist ein Fledermausohren, das ist ein Fledermausohren. Bist du nass geworden? Gleich eine Trocknungsaktion. Das ist ein Fledermausohren. Das ist ein Fledermausohren. Du bist cool. Du bist cool. Du bist cool. Balou trocknet sich. Das ist ein Fledermausohren. Das ist ein Fledermausohren. Das ist ein Fledermausohren. Das ist ein Fledermausohren. Untertitelung des ZDF, 2020 Awesome ... 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